Auf diesem Channel reden wir über meine Erlebnisse von zehn Jahren Haft. Wir beginnen mit der Verhaftung in den Niederlanden, werden nach Deutschland ausgeliefert, kommen nach zwei Jahren Ruhehaft schließlich in ein Hochsicherheitsgefängnis in Bayern. Wir sprechen hier darüber, wie es für ein Gefangene ist Briefe zu erhalten, Besuch zu bekommen, wie es ist Gewalt in Haft zu erleben. All diese Dinge und noch viel mehr bequatschen wir hier. Ihr könnt in jedes der Themen direkt einsteigen, über die Thumbnails, über die Titel oder ihr könnt die ganze Geschichte chronologisch verfolgen. Begleitet mich auf zehn Jahren Blut, Schweiß und Tränen in Haft. Und ich will raus!